Grassilage, Hühnerstelle oder Subventionierungsschilder. Ich werde von LS22-Anfängern immer wieder gefragt, was der beste Weg ist, einen neuen Hof anzufangen. Ich persönlich mache das immer auf die gleiche Art und Weise, jetzt würde mich aber sehr interessieren, wie du es machst. Schreib es mir jetzt gerne in die Kommentare und vielleicht können wir so alle etwas Neues voneinander lernen.